Im Hause Wollny gibt es erneut Nachwuchs. Dieses Mal ist Lavinia die glückliche werdende Mami. Gemeinsam mit ihrem Freund Tim erwartet sie ihr erstes Kind. Auf Instagram teilt Lavinia jetzt einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Freund. Gemeinsam blickt das Paar in die Kamera. Zu dem süßen Foto schreibt Lavinia, du bist mein Glück. Schon seit knapp einem Jahr gehen die beiden zusammen durchs Leben, wie Lavinia bei einer Fragerunde erklärte. Trotzdem ist auf dem Profil der Wollny-Tochter nicht viel über ihren Freund herauszufinden. Auch bei die Wollnys, eine schrecklich große Familie, war Tim noch nicht zu sehen. Möglicherweise ändert sich dies nach den neuesten Ereignissen. Der Reality-Star ist bereits im fünften Monat. Sowohl die werdende Mutter als auch Tim teilten auf ihren Instagram-Profilen die Baby-News. und verkündeten, wie sehr sie sich auf den gemeinsamen Nachwuchs freuen. Unsere Liebe zu dir wächst von Tag zu Tag und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dabei zuzusehen, wie du wächst. Wir freuen uns unglaublich auf die gemeinsame Zeit mit dir. Lavinia Wollnys Freund teilte auf seinem Profil dieselben Zeilen. Die werdenden Eltern können es kaum erwarten, ihren Nachwuchs zu begrüßen. Auch der Rest des Wollny-Clans freute sich über den Familienzuwachs, wie zahlreiche Bekundungen auf Instagram zeigten. Für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das Baby bereits das 15. Enkelkind. Zu elf von ihnen habe Silvia intensiven Kontakt, zu drei Enkelkindern leider keinen, wie sie in ihrer Instagram-Story einst verriet. Einige von ihnen, so wie Silvias Kinder, stehen auch nicht gemeinsam mit der Familie vor der Kamera. Die Großfamilie wächst und wächst also. Erst im Frühling dieses Jahres gab es Nachwuchs im Hause Wollny. Sarafina und Peter Wollny bekamen ihre Zwillinge Casey und Emery, die sich jetzt schon auf einen neuen Spielkameraden freuen dürfen. Ob Lavinia und Tim ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, haben sie noch nicht offenbart. Vielleicht verraten sie es ihren Fans ja noch vor der Geburt, die im Frühjahr 2022 erwartet wird.